Naja, jetzt kriegen wir ja ungefähr so ungefähr 5.500 Euro pro Monat. Du bist schlecht im Jump'n'Run. Eigentlich nicht. Jump'n'Run? Jump'n', oh scheiße, wo musste ich hin? Ich hab's nicht gesehen. Schisch. Ey, das ist doch voll dumm, dass ich jetzt jedes Mal da hochfliegen muss, wenn ich runterfalle. Ja, das ist echt so. Das hier, also die erste Challenge, die scheiße gemacht ist mit den Checkpoints. Was ist denn Diorite? Diorite? Oder wie auch immer, wenn man das ausschricht. Ist das ein neuer Stein? Du, alter, was für ein steiler Sch- 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 Schrecklich sieht mein Mann aus. Ich kann's nicht mehr ertragen. Alles am Ende sein. Glücklich oder nicht. Egal. Ich geh den- Jagen, jedes Scheißhäulchen kriegt ne Nummer, dadurch überseh ich keins und kann alle Koks kontrollieren, das ist Koks Nummer 1, Paul hat rauhe Hände vom Brunanieren, schön und wichs, dort am Scheißhaufen Nummer 4, ein Wohnt unter mir, zahlt mich dafür Und Scheiß hier vor meiner Tür, nicht mit mir Könnt ihr euch mal alle angucken, wie heißt das Video? YouTube-Kacke-Peter Lustig beschreibt sein Verhältnis über Schwarze Ne, über Farbige, heißt es, oder? Farbige, glaube ich Zieht's euch rein, das ist mega geil Das ist echt zum Ablehlen Da hab ich mich auch richtig hartgeroffelt Hm, es kommt Warum soll ich jetzt kommen? Drunter Hä? Der Checkpoint funktioniert, aber der hier nicht Ach, ich bin Checkpoint 6 Funktionieren alle nicht, ist einfach nur dumm Oder muss man unten irgendwo draufdrücken, oder wie ist das genau? Hm, ne Ich glaub's noch irgendwie, die Checkpoint 7 Wahrscheinlich werden wir jetzt in den Kommentaren zusammen geflamed, wie dumm wir doch sein und die Checkpoint sich checken Ist doch so offensichtlich Ach, wir scheinen die Leute aber zu vergessen, wie egal ist das, das ist was, weil ich war mir Checkpoint 7 oder so Scheiße Ohlion Eigentlich hattest du die Challenge schon fertig, nicht? Nicht, 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 nicht Nichts mit mir Kriegt man ja fast wieder Lust, diese Scheiße zu gucken Ist richtig, aber manche Videos waren gelöscht Echt? Was denn zum Beispiel? Peter Lustig's profane Heiligabend zum Beispiel Oh stimmt, ja das ist mir auch aufgefallen, voll bad Das sieht doch einfach nur übelst gut Das ist classic Oh Schnee, ich glaub es, Schnee Ist kalt, es könnte Schnee geben Ja Es ist Schnee, es könnte Kalt geben Sätze für die Ewigkeit, warum wurden die gelöscht? Ja, das freu ich mich auch Vor allem ist das auch hier, sagt Jörg Dich hätt ich ja gar nicht wieder erkannt Kant 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 Hat Liam es jetzt mal geschafft, oder ist er aber doch echt so? Ey, das war eigentlich mit das Kalt, Alter Ja Also die Samenmaschine ist natürlich auch Premium Stimmt, die Samenmaschine Ja Jetzt kann ich nie wieder diesen Satz hören Ja, du siehst aber auch aus wie so ein kleiner Aschewicker Ja Also das gibts ja, bloß das ist eben ein Reupload von irgendnem Echt? Von so'n Keck Von so'n Keck Von so'n Keck Von so'n Kelek Du Kelek Kenek Du Keenek Ich würd sagen wir machen mal weiter, ne? Ist das dein Übergewicht die Hartz IV-Mutter? Joa, ich mach das so einfach mal so Boah, ne? Mach mal Ja Ja Also... Ähm, äh... 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 Also... Ruhm? Ehm... Mein Vermittler sieht so derber aus wie Thilo Sarrazine Ohne Wisser, dass man... Wenn ich den sehen würde, dann würde ich so loslachen, weil der genau so aussieht. Ähm, äh... Ja, Herr Sarrazin, dann lässt die junge Dame ganz schön die Luft raus. Also, ähm... Ah, geil. Der arme Sarrazin. Sarraza. Ich verlinke natürlich alles in der Videobeschreibung. Nee. Hä? 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 Oh, Juck. Hä? 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 Was denn? Der hier. Ja, alter Lian, wo bist du eigentlich? Du hast vier Anfänger, Mann. Hier, ich bin neben dir. Ich hab das schon gemacht, weil ich bin hier lang gesprungen. Hier, 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 weil... Nee, dann hast du das abgekürzt. Ich bin mein Finish-Checker. Ich hab das doch schon geschafft hier. Das ist schon gleich. Eigentlich hab ich das ja schon geschafft hier. Hä? So wie jede Channel schon auf der anderen Seite, ne? Ja, nee, halt. Äh, jetzt bin ich schon... Das ist doch so boring einfach nur, ey, wirklich. Ich möchte einen neuen Ausdruck in die Fachsprache des Röpsens einbringen. Und zwar? Schaumig. Wenn ein Röpser schaumig ist. Das ist... Kennt ihr das Problem? Ich weiß jetzt nicht. Jung, ey, das ist doch so schlecht gemacht. Jo! Flying is not enabled on this server. Connection lost. Geil du, ey! Was ist das denn, Alter? Um dir den Sprung ein wenig saftiger zu machen. Ja, mach mal weg. Komm. Hä, was ist denn jetzt? Hey, Junge, ich... Guck mal, jetzt kannst du ganz locker machen. Ich kann ja grad nichts machen, ey. Ja, jetzt geht's hier aber nicht weiter, du Kerlek. Ja klar, guck. Ach, jetzt geht's wieder. Ja, Junge, mach doch mal den Scheiß hier weg. Jo, ich kann mich ja mal nicht ändern. Okay, cool. Ist ja ganz schön saftig hier, ne? Alter, was ist das denn? Aber das, warte. Das hang ungefähr hier so. Also hier ist ja ein Checkpoint. Weil hier so'n... So'n... ...button ist. Das ist doch kein Checkpoint. Natürlich. Weil hier so'n Button ist, du. Das ist kein Kipperträger. Von mir schlau ich dir gar nicht. Wo ist denn ein Button? Junge, hier, ey. Ist doch eh mega easy. Jetzt spring noch mal durch. Hallesanau, hallo, wach mal auf, Alter, aus seinem Scheiß-Kz-Leben, Mann. Nee, der ist echt'n Button. Ach, nee. Ja, ich hab's auch gemacht, hallo. Das Scheiß-Kind, ey. Ich bin klar, dass das ein mega easy-Ball ist. Ja, ich bin nach unten. Ich bin nach unten gefordert. Die Anlag-Bonus-Level hatte ich. Es wird doch keiner von uns hier spielen. Es ist so tight, dass es burnt. Meinst du, das ist so tight wie meine Hosen? Hä, 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 hä. Alles klar, wir gehen gleich in Game-Mode, ey. Ja. Hier, mir hinterher fliegen. Hier, komm mal an die Leine, ey. Du weißt ja nicht, wo... Hier müsste der Erste rumholen. Wo ist denn wieder einmal die Ling-Ling-Armee? Okay, let's go. Challenge-Score-2, Hidden-Score-3. Du-du-du-du-du-du. Oh, das war nicht. Das sind richtige Kongo-Töne, Lian. Die du auf deiner Kongo-Trolle spielst. Easy. Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal wieder für die Zuschauer, und wir müssen ein bisschen spannender und ein bisschen Konkurrenz-Krampe entsteht. So. Ja, ist auch besser. Ich bin nicht nur alleine gesprungen. Ja, in die Fresse gegangen. Junge, warum springst du denn jetzt so... Alter, so ein Down-Syndrom-Kind einfach nur. Das haben wir jetzt schon gemacht. Ja, gerade eben, ja. Ach, Leo. Kannst du denn so dumm sein, Junge, eigentlich? Ja, Reapboard. Ich hab runtergefallen. Junge, kein PvP! Ja, mit PvP! Nein! Nein! Du hast zu husten, ey. Schlag ich dir die Fresse. Alter, was ist denn das? Bist du eine Hakenhand, ne? most of? Das hat unten in derツ'Nicht gemacht, ali, paar Na. Keine Ahnung... Oh, meine Ahnung. Obúbübübübübübelu.... Du Bernhardiner... nein 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 Liam, kannst du mal aus dem Dämot rausgehen und musst uns gern mal switchen Liam spielt so öfter mal unter dem Pseudonym ominöse omimöse Ich habe mich gepisst vor lachen ohne Witz gepisst hast du richtig eine strahlerin in deine Hose abgelassen? Ich lehre mal das hier. Du fress sie ja schon wieder sehr. Setz noch mal mehr. Ich bin schon wieder süß. Ich bin schon wieder süß. Das wohl. Bist du deine große Kelle? Ja, ne.